und da sind wir wieder genau vor spider und thomas sein vater im hintergrund sieh mal einer an wenn unser prinz hier noch keine angst vor dir hat die maschinistinnen aus ihrem versteck getrieben außerdem habe ich gehört dass sie unmengen an korrumpiertem äther ansammelt um die verkommenen armeen des fanatikers zu vergrößern wenn du die maschinistin besuchst rate ich dir alle depots ihres üblen ambrosias zu vernichten und übrigens der tod steht ihr gut danke danke für die meiste wächst kein übrigens der tod steht ihr gut danke danke ich habe auch ganz viel daran gearbeitet dass er mir gut steht sehr gut was er gesagt hat hey paul warte mal wenn ich den helmen hochinfundieren könnte kann ich ihn jetzt endlich hochinfundieren oder fehlt mir jetzt immer noch was wenn du was für 500 hast mikrofasische datengitter ne so muss ich ich habe gebäudezüge für 440 übrigens angenommen nein paul ich kann mir doch einfach datengitter kaufen wofür habe ich denn sonst das klima ich würde trotzdem nach nessos gehen wollen und später vielleicht noch für die gesuchten über die züge machen ja später nach der story dann vielleicht und nach dem gambit wahrscheinlich noch ne wir machen die mechanistin so christi wir bucht wir haben 450 licht thomas ist eigentlich viel zu unterpowered für den ganzen scheiß hier wir ziehen ihn trotzdem mit ist doch jetzt egal macht jetzt nicht in die hosen nur weil ein bisschen unter der wild ist ein bisschen viel ach quatsch naja gut die 10 die 10 thomas ist ja immer jetzt auch 442 ich habe eine aufgabe für ihn ok also wäre wahrscheinlich höher wenn eine andere kinetikwaffe ausrüsten würde also die maschinisten ist das ein abenteuer nein das ist eine mission so das fehlt hat noch jemand das gefühl wenn ich jetzt auf lucas gucken würde dass da es auf space steht hat ein langer schatten scharf ist ja und das 500 ausrüstung erst 500 paul paul ja der arme ja das soll ich verdient warte warte was jedenfalls nicht alles Rache für den Spinnenpanzer. Nicht mehr Rache für Kate. Ne, der Kate würde das vom Spinnenpanzer... Kate ist Finito, Kate ist Geschichte, aber der Spinnenpanzer... Der wurde gerade erst getötet. Also Kate würde vom Spinnenpanzer einfach nur das Geschütz klauen. Ich ihn aber am Leben lassen oder was? Heißt das ja dann auch ein Flammenwerfer? Paul, ich geb dir gleich Flammenwerfer. Na ja, diese Spinnenpanzer haben Flammenwerfer, also... Vielleicht hat sie auch einen Flammenwerfer schon. Ich geb dir gleich einen Flammenwerfer, Paul. Echt? Ja, stell dir vor. Ey cool, Alter. Und zwar aus Lego, war's. Aber Paul, bevor ich ihn dir geben kann, musst du 600 Licht werden. Keine Ahnung! Was muss ich machen? Wieso? Du musst erst 600 Licht werden. Ja, Alter, wie? Ja, Alter, wie? Ja, Alter. Ja, Alter. Ja, Alter. Und dann geb ich dir ein. Leichtigkeit. Du bist Gymnasiast und hör, es ist die anwiegend bekloppt, Alter. Ganz ehrlich. Er hört sich an wie ein zwölfjähriger. Soll ich dir auf die Schnauze an? Dann kannst du dir erstmal auf den Spiegel angucken, Alter. Ähm, also 18 Uhr würde gehen. Pssst! Pssst! Halt du... O-1 und in die Schnauze anbaut. Schauçao! Halt du nicht hier raus? Ja, oder? Soll ich den Schnauze anbaut, was die Schnauze anbaut... Ja, das ist schon mal. Oh. 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 Die haben Schuhe. Mir fehlt irgendwie nicht, was er mit dem Splitter des Reisner vorhat. Ah, du weißt doch gar nicht, was er vorhat. Er wird wahrscheinlich die Gold. Nein. Er wird ein Hüter. Noch. Oh nein. Die Dunkelheit. Du musst doch nachladen, mein Freund. Was ist das? Er wird mich freuen. Wie ist das? Ein Kristall. So groß konzentriertes sich? Fragezeuge. Los. Mist. Was ist das? Hedra. Da war sie also die ganze Zeit. Sie sah sie im Nacken. Und dann hat sie auch noch nicht mal getroffen. Übrigens das Scharfschutzundgewehr, das war ja das aus Jahr eins. Wo die... Ich weiß. Ich weiß, Paul. Ich habe es erkannt. Ja, das kannst du übrigens im Raid bekommen. Ich bekomm dich gleich im Raid. Nur so. Ich bekomm dich gleich im Raid, Paul. Ähm. Sie haben ein Derby erhalten. Was tut sie nun? Zerlegen. Waaau. Hörte den Jonslon Coward. Noch mehr Loa? Mehr. Und mehr Loa. Und mehr. Ich meine, ich finde es gut. Genauso wie einige Destiny YouTuber. Aber... Sie ist nicht bloß ein weiterer Name auf einer Liste. Die Maschinistin ist die rechte Hand des Fanatikers. Sie kontrolliert ein Arsenal an gestohlener Technologie. Hm. Ich bin Kameras. Hat dieou. Wir lesen Geld. Schwanz. Ich geh ihnen. Ich bioser. Wir müssen den Panzer reparieren, wie so aussieht. Oh das How to tank Alles funktioniert bis auf die zwei wichtigsten Teile das Geschütz und das Navigationsmodul Aber wir sind auf einem Schreibplatz ich habe in der Nähe ein paar mögliche Ersatzteile auswendig gemacht Das Geschütz hat schon bessere Tage gesehen aber ich bringe es zum laufen Das hat also Lukas vorhin gemeint mit wie bei dem Ding Wir bauen einen Panzer Ist einem eigentlich noch aufgefallen da fehlt ein bisschen mehr als nur Das Navigationsmodul ich gebe dir Deckung Gestohlener Tragwort Woher kommt auf einmal die fucking große Kanone Und die habe ich gerade eingebaut Ja aber das war nicht so groß wie du es da hattest Ist mir doch egal ich habe es eingebaut Ich will ja nicht Sachen aber ist ja klar eigentlich das ist das erste Mal dass der Geist mit uns kennt Ähm Ja wie Thomas Achso warte beantworte die Frage nicht ich weiß wie Wir waren Träuber mit einem Knarrambruch Du bist halt ein Thomas aus der keine Krankheit zu machen Nein Du bist halt nur ein bisschen unterlewiert Psst Navigationsmodul installiert Dein Streitwagen ist bereit Da könnt ihr euch noch mehr holen Da ist so eine Platte Diese Energiebarriere ist ein Problem das nicht durch Gewalt gelöst werden kann Suchen wir nach der Energiequelle Nein das ist ein Heilgewicht Aber hier sind Moskitos Au au Jetzt können wir uns einen Panzer holen Hör drüben Also das ist nicht für mich zum heilen das kann ich dir sagen Aber ich kann hier auch kein Panzer holen Doch wenn wahrscheinlich dein Panzer kaputt ist kann ich da einen neu holen Hör drüben Warum lassen wir Thomas eigentlich das Warum lassen wir Thomas das eigentlich hauptsächlich alleine macht Warum lassen wir Thomas das eigentlich hauptsächlich alleine macht Ja Wir müssen das nicht Wunder Ich bin Ja Ich bin Ja Ich bin Ja Ich bin Ja Ja Ich bin Da ist mir heraufgefallen, meinem Vater Zerstörung nach. Ah. Ja. Ah. Ja. Ja. Ich orte hier drin riesige Fräulein. Oh, aua, okay. Nur um eine ganze Ruhe zu erwecken. Oh, oh. Oh, das ist noch so. Wie steht das Leben der Kandas aus, Liga? Ich bin gerade ein bisschen unter der Hälfte. Da ist eine Kanone zum Aufheben. Da ist eine Kanone zum Aufheben. Da ist eine Kanone zum Aufheben. Ich kriege den Stempel, wegschauen. Hier ihr da gefallen. ... Hey, da war der Flumpfwerfer! Ich glaube ich nehme mir den anderen Moskito hier, der brennt nicht so stark. Meinst du damit überhaupt nicht oder meinst du einfach eher... Nein, nein, der brennt nur leicht. Ich nehme den Moskito hier, der brennt gar nicht. Das brennt nur leicht. Da ist noch einer, falls noch einer einen haben will. Wie Thomas zum Beispiel. Thomas mit ihrem facken Moskito. Den kannst du auch schießen. Die Maschinistin überfällt schon seit Jahren den Raum diesseits des Jupiters. Was sie nicht an die anderen Barone weitergibt, verhält sie für sich. Die Maschinistin überfällt sich. Ah, das ist klasse. Ah, das ist klasse, das ist klasse. Ah, 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 das ist klasse. Der königliche Wicht Aldrin will also in den Wachtturm. Ich habe mich schon immer gefragt, was für Geheimnisse und Schätze die Erwachten in diesem Turm versteckt haben. Aber meine Freundschaft zu Königin Mara, als sie noch lebte, hat mich davon abgehalten. Tja, das und eine verschlossene Tür. Aber ich bin an meine Ehre gebunden, dir eine Auswahl meiner besten Ressourcen zu schicken, um diesen unfassbaren Abschluss zu finden. Ich muss sagen, ich kann es kaum erwarten zu erfahren, wie das alles endet. Halluziniert. Das will ich schon mal eine Sache. Von einer anderen Person manipuliert wird. Ich freue mich stets über deinen Besuch. Warte, 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 gucken wir mal nach. Oh doch, ja, es ist hier. 460 ist es. Kein Wort mehr. Aber wir beenden jetzt erstmal die Aufnahme. In meinem Heim ist immer Platz für einen weitere Lütterfreund. Und auf Wiedersehen. Chilliii. Ja, auf Wiedersehen. Bis wiedersehen. Tschüssi. Wir sind canceliert. Vielen Dank.